Die Top 5 Kosmetik Organizer in Schwarz Ich war auf der Suche nach einem Kosmetik Organizer für mein Schlafzimmer, als ich auf den Eloki Make-up Organizer gestoßen bin. Ich war beeindruckt von der 360-Grad-Drehbarkeit und der Fähigkeit, alle meine Schönheitsprodukte aufzubewahren. Der Organizer ist robust und gut verarbeitet, und ich liebe das clevere Design, das Platz für alles bietet. Es hält mein Zimmer sauber und ordentlich und macht es einfach, meine tägliche Schönheitsroutine durchzuführen. Ich empfehle den Eloki Make-up Organizer jedem, der auf der Suche nach einer effektiven und stilvollen Lösung für die Aufbewahrung von Kosmetikprodukten ist. Ich bin absolut begeistert von der Readea Make-up Organizer Kosmetik Aufbewahrungsbox Schmink Aufbewahrungskasten. Mit seinen 12 Schubladen in 4 Lagen bietet es mir genug Stauraum für all meine Kosmetikartikel und lässt mein Schlafzimmer und Badezimmer gleich viel aufgeräumter und strukturierter aussehen. Die Qualität des Materials und die Verarbeitung sind hervorragend und ich kann diesen Kosmetikorganizer allen empfehlen, die ihre Make-up Produkte und Pflegeartikel übersichtlich und griffbereit verstauen möchten. Ein absolutes Must-Have Ich bin sehr zufrieden mit dem Laksh Spire Badezimmertablett. Es ist sehr vielseitig einsetzbar und bietet viele Möglichkeiten zur Aufbewahrung von verschiedenen Dingen wie zum Beispiel Gewebe, Kerzen, Handtücher oder kleine Kosmetika. Das schwarze Design ist sehr elegant und passt perfekt zu jeder Badezimmereinrichtung. Das Tablett ist aus Harz gefertigt und somit sehr stabil und langlebig. Ich kann es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem praktischen und stilvollen Badezimmerorganizer ist. Ich bin begeistert von dem Halianxi Kosmetikorganizer. Das dekorative Tablett ist perfekt für meine Kosmetikaufbewahrung und bietet genügend Platz für meine Pinsel, Parfüms und Hautpflegeprodukte. Die Qualität des Organizers ist auch sehr gut, das schwarze Glas sieht elegant aus und das goldene Pinselhalter-Design macht es zu einem Hingucker auf meinem Schminktisch. Die Größe von 20 x 14 x 10 cm ist auch ideal für meine Bedürfnisse. Ich kann dieses Produkt jedem empfehlen, der eine elegante und praktische Kosmetikorganisationslösung sucht. Ich bin absolut begeistert von der Readea Make-up Organizer Kosmetik Aufbewahrungsbox Schminkaufbewahrungskasten in einem Lagen. Es ist perfekt für mein Schlafzimmer und mein Bad, um all meine Kosmetikprodukte in einer sauberen und organisierten Art und Weise aufzubewahren. Die verschiedenen Fächer bieten ausreichend Platz für meine Parfüme, Hautpflegeprodukte und Make-up. Die Box ist auch sehr robust und leicht zu reinigen. Ich würde dieses Produkt definitiv weiterempfehlen, um das Chaos in Ihrem Badezimmer oder Schlafzimmer zu beseitigen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.